schon wieder kanal hatten wir an diesem abend auch schon immer noch kein haus ist echt fies aber erst einmal hallo da seid's und willkommen zurück bei rainbow six serverraum controlraum war es schon alle ausgewählt was ist denn hier los den bereich sichern die bomben weiter schützt draußen ist doch wieder dunkel ich werfe den förder stösender wird aktiviert na ja zwei punkte stösender gestartet zehn sekunden noch fünf sekunden noch wo ist denn jetzt so eine verkackelt eine drinnen schützt eure bomben vor der entwerfung durch den gegner natürlich alle außenkameras kaputt zu lange rumgeeiert und hast du Drohne kommt, Stößer, in deinem Stößer, da sitzt eine Drohne oben. Hast du? Ja, ja, danke schön. Auf der Brücke ist IQ. Ah, nee, ist schon alles offen, das Holz, das ist kacke. Au, 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 au. Hier will ich nicht sein. Hier ist noch alles zu, hier bleibe ich. Oh, nee. Kann er sich nicht spritzen? Gut, alles. Und ich sag, am Ende ist noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert, gewiss, was zu tun ist. Letzter verbleibender Operator des eigenen... Gut, das macht die Schnau, dass du schlägst den Kopf in den Boden und dann können die dich nicht sehen. Was du denn hier siehst, können die auch nicht sehen. MG macht es schon. Hm. Den schärfen doch gleich. Nein! Nein! Eigenart hoch eliminiert. Mission gescheitert. Der Powerchen Panda. Panda mit dem Bad Aim, ne? Wie er so schön sagt. Ja, hat einen Kopfschuss gegeben. Könnte man meinen. Ich sch Derm 괜찮. từ cause price aus. Der Mor fatto nicht. Ich bin gleich. Er nach 14 Facz. großartig heiß. Wir lassen sich sicher. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuschüren. Ach nee. Ja. Großräumbüroh oben sauber. Klingt wie drüben bei der Küche. Ja, hier wird es lauter Witschel haben sie. Meine Drohne ist kaputt. Auf Seiten der Küche. Er ist über die Brücke gefahren, genau da. Da ist ein Witschel. Und andere Gegner. Also Küche könnte sie sein, oder da wo wir waren. Na hier müssen wir ja nicht hin. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Jetzt der Entschärfer weg. Freisch halt. Was ist denn das für... Alles klar. Schießt so. Ich guck auf die Tür, Serafine. Kann ich den Jack hochhe... Jetzt kommt der mit raus. Jack im Aufstehen hat umgebracht. Ich werde hier noch markiert. Kamera beim Spawn nicht kaputt gemacht auch. Die haben Kamerafrau, glaube ich. Oder ein böses Auge. Hier ist wieder jemand draußen. Was macht denn der... Mann, Momentan. Die sind aber noch schneller gestorben als wir in dem Raum. Okay. Eben hat der überhaupt nicht... Wieder aus dem Raum. Geht. Ja. Jetzt kommt der Raum. Die Bomben schützen. Ich sorge für Ablenkung. Ich vermisse, glaube ich, einfach alle beruhen. Kannste machen. In der Einstellung kommst du auch nicht mehr. Was ist denn die jetzt los? Ich sorge für Ablenkung. Ich müsste eigentlich, wenn ich mich nicht verzählt habe, alle haben. Stacheldraht eingesetzt. Dann musst du mal 1 und F4 drücken. Was ist das denn da? Nur noch 10 Sekunden. Stacheldraht ist eingesetzt. Serafina? Da hast du jetzt 1 und F4 geladen für mich. Ernsthaft? Ich hab mal aufgeteilt. Du hast jetzt nicht 1 und F4 gedrückt, oder? Warum hat sie 1 und F4 gedrückt? Die Drohne zählt nicht. Doch, sie hat gezählt. Oh Mann. Warum macht man so was? Das ist der... Dass das heute noch funktioniert. Die kommen ja bei mir vorderan. Au. Aufgesprengt, der aber ping. Toll. Sophia, du blöde Troller. Ach, Mann. Serafina war auf unten. Ich wechsle das Magazin! Es ergibt keinen Sinn. Sophia draußen Vordach. Und Sauberon gegenüber am Fenster auch noch jemand. Es sind alle tot oder haben 1 und F4 gedrückt. Hm. Das nächste Mal den FE-Schalter drücken. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es gibt wirklich sehr viele Minuten. Das wird wirklich nicht kennen. Aber dass du so erfahren bist, wusste ich nicht. Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibend. Jetzt benutzt er den Schild als Deckung der Arsch. Nein, so nicht, ey. Nein. Mission gescheitert. Eigner Druck neutralisiert. Oh ja. Du hast doch jetzt extra auf der Hintertruktour geguckt, wo er alt oder fiel ist, oder? Oh ja. Oh mein Gott, das ist doch verkehrt. Oh Mann. Darf man echt keinem erzählen, ey. Oh Mann. Wusstest du die Tast und Kombination nicht, oder? Nein! Nein! Alte F4 ist das Standard. Der Platz ist noch frei, kannst noch zurück. Aber STRG, C, X und V kennste. Wir müssen eine Bombe aufschreiben. Wir können dich auch nicht. Jetzt nicht Copy, Paste und so ein X. Wenn du jetzt nochmal alt F4 und Eingabe drückst, dann kommst du wieder ins Spiel. Richtig. Du musst einfach nur eine F4 jetzt spammeln und Enter drücken. Oben ist jetzt sauber. Ich kann nicht warten. Achtung! Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Witzel auf der Brücke. Oder unter der Brücke. Noch 10 Sekunden. Du wusstest doch nicht, dass du so unerwartet bist. 50 Sekunden bis zum Einsatz. Ah ja. Der Platz ist immer noch frei. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde erneut. Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich das auch schon so oft gefreut. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Nein, du blöder Arsch. Falsches Fenster geguckt. Scheiße. Ach ja. Der Entschärfer ist jetzt gesichert. Schade, kurz nach. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Seid von Ace. Witzel kommt hoch. Eigener Trupp getötet. Warst du noch ein Match oder was? Warst du wahrscheinlich, oder? Na, Serafina? Ich würde noch eins machen. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass du IT4 gedrückt hast. Und Eingabetaste danach. Ich muss sagen, das Rot von Miradar, das war auf dem Design. Das sieht schön aus. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau tschüss.